Hallo, liebe YouTube-Welt, grüßt euch Twitch-Freunde. Zu einem kurzen Video, ohne große Aussage, nur ein bisschen Werbung und ein bisschen Worte verlieren. Ja, Dunkelmund-Wahnsinn kommt heute, Dienstag, der 17. Also insofern nur aktuell, wenn ihr euch das Video heute anguckt. Ja, ich freue mich. Ich hätte jetzt überlegt, mache ich noch eine Kartenbesprechung. Aber ganz ehrlich, ich wollte jetzt einfach, ich will jetzt heute Abend loslegen, ich will jetzt nicht mehr über Karten reden. Ihr habt auch genug gehört, denke ich. Insofern, ja, kurze Information. Heute Abend, 19 Uhr, großes Pack-Opening mit verlängertem Stream. Normalerweise machen wir immer von 18 bis 21.30 Uhr. Wir fangen heute Abend 18 Uhr an, kurze Prä-Party. Und dann machen wir bis 0 Uhr, also verlängerte heute Abend-Stream. Und morgen dann der große 12-Stunden-Stream von morgens 10 bis abends 22 Uhr. Schmeißen wir uns komplett in den Dunkelmund-Wahnsinn rein. Insofern, ja, also heute Abend verlängerte Abend-Stream. Morgen 12 Stunden, Dunkelmund-Wahnsinn. So als Prä-Paket oder als Event-Paket. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe mir keinen Stream angeguckt. Ich habe mir keine Decklisten angeguckt. Wir werden jedes Götter-Deck, jedes Ensos-Yascharasch oder Jok-Saron-Deck, Ketun-Deck, werden wir uns selber bauen. Ja, insofern, da freue ich mich drauf. Dann will ich kurz sagen, dass natürlich dann jetzt auch die täglichen Hearthstone-Videos werden wahrscheinlich enden. Was heißt wahrscheinlich? Ich habe jetzt keinen direkten Fahrplan. Ich gucke mir das an. Also, YouTube soll nicht enden, aber es kam jetzt ja wirklich drei Wochen lang jeden Tag ein Video raus. Ihr seht es, Leute. Ich konnte mich gar nicht mehr rasieren. So viel mit YouTube hatte ich zu tun. Aber jetzt kann ich mich wieder rasieren. Und jetzt kann ich, die YouTube-Videos werden ein bisschen zurückfahren. YouTube soll auf gar keinen Fall sterben. Mir macht das grundsätzlich viel Spaß. Solange ich Spaß an Hearthstone habe, habe ich auch riesen Spaß, über Hearthstone auf YouTube zu berichten. Insofern, wie gesagt, ich hoffe, das bleibt. Ich hoffe, mit der ein bisschen reduzierten Stream-Weise, also wir spielen ja nicht mehr jeden Tag acht Stunden, sondern nur noch abends so drei, vier Stunden. Ich hoffe, dass damit der Spaß jetzt an dem neuen Add-On wesentlich länger bleibt und wir das cool durchziehen können. Und dann gibt es hier auch weiterhin. Zu jedem Patch-Infos, zu jeder Neuerung oder irgendwie Nerf- oder Buff-Infos, zu Welt-Events werden wir berichten. Ich hoffe, den Meta-Bericht, ich hatte ja den Meta-Bericht angefangen mit den letzten Erweiterungen, die mir dann ja schnell keine Freude bereitet hat mehr, deswegen habe ich es dann gelassen. Aber ich hoffe, den Meta-Bericht werde ich weiterhin durchziehen. Wir haben jetzt keine Musik mehr im Stream, das heißt, ich kann theoretisch ganz easy von Twitch die Videos nach YouTube hochladen. Insofern hoffe ich tatsächlich, dass wir jetzt wirklich mal mehr Highlights hinbekommen. Das ist wirklich das große Problem. Die Highlight-Videos oder die täglichen Stream-Videos, die fehlen. Ja, insofern Patch-Infos, Nerf-Buffs, Welt-Events, Meta-Berichte. Mal gucken, was wir sonnen. Vielleicht kriegen wir noch was hin. Und auf jeden Fall hoffe ich, dass wir jetzt Highlight-Videos endlich hier vernünftig hochladen. Wo ich keine Musik mehr habe, sollte das leichter sein. Und das werden wir jetzt auf jeden Fall mal, gerade in den ersten Tagen, ich hoffe, dass Jock-Saron viele Highlights produziert. Oder vielleicht können wir auch mal, vielleicht können wir ein Jock-Video machen, wenn ich 8 Stunden streame oder wenn ich 4 Stunden streame, dass wir einfach alle Jock-Sarons des Tages quasi in ein so ein Video packen. Das könnte auch ganz witzig sein. Ja, insofern, auch da geht es weiter. Ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht blummern, Leute. Habt ein gutes Pack-Opening, habt einen guten Erweiterungsstart. Viele Legendaries in euren Packs. Und dann freue ich mich mit euch auf die nächsten 4 Monate Dunkelmond-Wahnsinn. Ich hoffe, sie bleiben frisch, aber aufgrund der Zwischenerweiterung, wovon man jetzt halten kann, was man möchte, gerade geldtechnisch gesehen, aber trotzdem aufgrund der Zwischenerweiterung, die in 2 Monaten kommt, mit den 30, 40 Karten, denke ich, dass die Meta auf jeden Fall frischer bleiben kann, als sie die letzten Monate frisch geblieben ist. Ja, ich freue mich drauf. Wir sehen uns heute Abend, wenn ihr wollt. Und die nächsten Wochen, hier oder auf Twitch. Hey, vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo, sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das war's.